So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute geht es um diese Schönlinge hier und ich werde euch ein bisschen was dazu erzählen. Einmal natürlich, wie man mit dem Bogenhanf umgeht, dann vielleicht auch eine kleine Namenserklärung. Ja, wie gesagt, wie man umgeht, wo man ihn hinstellen sollte, was man alles wissen muss, aber auch, wie man vielleicht sich selbst einen züchten kann. All das erfahrt ihr in diesem Video, deswegen bleibt dran. Ja, ich will auch schon direkt anfangen und will gar nicht lange um das Thema herum reden. Genau, und zwar sehen wir hier den sogenannten Bogenhanf, allgemein vielleicht auch unter Schwiegermutterzunge bekannt. Ansonsten gibt es auch noch den Fachnamen, der wäre Sanseveria, ist der Fachname des Ganzen. Ich werde jetzt einfach den Begriff Bogenhanf benutzen, weil ich diesen anderen Begriff einfach überhaupt nicht mag und überhaupt nicht aussprechen kann. Deswegen werde ich jetzt weiterhin vom Bogenhanf reden. Der Bogenhanf ist eine der beliebtesten Zimmerpflanzen in Deutschland und das gar nicht mal so zu Unrecht. Denn der Bogenhanf bringt wirklich sehr viele Vorteile mit sich. Vorteil Nummer 1 wäre, der Bogenhanf sorgt für ein absolut gutes Raumklima. Ja, der Bogenhanf ist eine Pflanze, die sehr viel Sauerstoff zur Verfügung stellt und das vor allem, und das macht diese Zimmerpflanze so besonders, auch nachts. Das heißt, man kriegt auch nachts Sauerstoff und nachts braucht man ihn natürlich am nötigsten, wenn man die Fenster vielleicht nicht öffnen kann und so weiter. Ansonsten sorgt der Bogenhanf auch für ein gutes Raumklima. Die Blätter sorgen dafür, dass es eine gewisse Luftfeuchtigkeit im Raum gibt, geben eine gewisse Luftfeuchtigkeit an den Raum ab und dadurch gibt es natürlich gewisse Vorteile für Haut, Haare, Nägel. Ich glaube, Luftfeuchtigkeit und Dingens, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber vor allem für Leute mit trockener Haut, für die das wirklich wichtig ist, für die meisten jetzt von euch vielleicht nicht, ist das aber eine ganz schöne Information. Und ich finde, wenn man sowas über Pflanzen regulieren kann, also über was Natürliches, finde ich das immer einen richtig coolen Ansatz. Ansonsten, Gießen, Gießen des Bogenhanfes ist auch sehr einfach. Der Bogenhanf an sich ist super pflegeleicht, das heißt, er braucht ungefähr alle zwei Wochen mal einen Gießintervall oder der Gießintervall sollte alle zwei Wochen sein. Das heißt, dann gieße ich die Pflanze und lasse sie dann austrocknen. Insgesamt ist sie aber so pflegeleicht, dass man rein theoretisch, glaube ich, gießen könnte. Man könnte drei bis vier Wochen wegfahren im Sommer und es würde nichts passieren. Ich habe mal gelesen, im Winter würden es sogar sechs bis acht Wochen sein, die man diese Pflanze allein lassen könnte, ohne dass man sie gießen muss. Deswegen macht es sie natürlich zu einer super geilen Hauspflanze, die man auch einfach mal, wenn man mal drei Wochen nicht dran denkt, alleine lassen kann. Das ist natürlich sehr wertvoll. Das Umtopfen der Pflanze ist tatsächlich auch sehr einfach. Also wie gesagt, der Bogenhanf, ihr merkt es schon, ist einfach super pflegeleicht. Also man muss nicht viel machen, man muss nicht viel wissen, um hiermit umgehen zu können. Das Umtopfen gestaltet sich so, dass man die Pflanze rein theoretisch auch schon direkt umtopfen könnte. Für mich, ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass man damit vielleicht ein bisschen länger warten kann, auf jeden Fall. Bis es eigentlich fast so wie hier, also die wäre jetzt fast schon wieder umtopfbereit, bis es fast zugewachsen ist. Hier hat die Pflanze noch super viel Platz, man sieht es. Das ist auch in diesem Fall gut so. Und man sollte vielleicht auch achten, wenn unten die Wurzeln dann schon, wenn das unten schon sehr stark verwurzelt, aus diesem Topf unten heraus guckt. Dann kann man sich überlegen, ob man sich über Umtopfen Gedanken machen müsste. Ansonsten ist es aber nicht so, dass man da so viel Zeit mit dran vergeuden sollte, darüber nachzudenken, wann muss ich jetzt umtopfen und wann nicht. Die Pflanze ist da so pflegeleicht, dass man das wirklich dann machen kann, wenn man Bock drauf hat. Also selbst so wie hier, könntest du wahrscheinlich noch, wie gesagt, richtig lange drin lassen. Sie würde dann vielleicht nicht noch weiter in die Höhe wachsen. Das ist natürlich für manche dann einfach der Anspruch, dass sie einfach so groß wird. Aber ansonsten gestaltet sich das ganze Thema super, super pflegeleicht. Vielleicht, das ist auch noch ein ganz spannendes Thema, Thema Giftigkeit. Wie giftig ist diese Pflanze? Also der Bogenhanf ist leicht giftig und kann halt zu Magen-Darm-Beschwerden führen, wenn man ihn isst. Deswegen bei Katzen und Kleinkindern vielleicht ein bisschen aufpassen, aber er ist nicht tödlich. Also es führt meistens zu Magen-Darm-Reizen. Ich habe mal irgendwas gelesen mit so, also ungefähr, ich weiß jetzt nicht, 10 cm, wie viel das ist. Wenn man so viel isst, dann kommt es zu einer Magen-Darm-Reizen. Allgemein also nicht zu empfehlen. Also niemand sollte das essen, bitte. Auch keine 10 cm oder unter 10 cm, sondern einfach ein bisschen aufpassen. Aber es ist nichts, glaube ich, was man gar nicht irgendwo hinstellen könnte. Ja, dann kommen wir vielleicht schon mal zum nächsten Unterpunkt. Das ist das Thema Krankheiten. Der Bogenhanf wird eigentlich sehr selten von Krankheiten heimgesucht. Ansonsten könnte es vielleicht sein, dass man mal Läuse hat auf diesen harten Blättern. Die kann man aber super, super einfach entfernen und zwar mit einem relativ harten Wasserstrahl. Das macht der Pflanze nichts und die Läuse werden abgespült. Also es ist eigentlich recht einfach. Aber ansonsten, wie gesagt, ist es bei mir noch nie richtig vorgekommen, dass ich da eine Krankheit an meiner Pflanze hatte. Das Züchten, Schrägstrich vermehren ist natürlich ein super cooles Thema. Ich habe leider gerade keine Stecklinge hier parat. Das wäre natürlich super schön gewesen für das Video. Aber falls ihr darauf Bock habt, zu sehen, wie man diesen Bogenhanf vermehren kann. Das heißt, wie man einfach hier was abschneidet und das dann so züchtet, dass am Ende auch sowas entsteht und das nur durch ein Blatt. Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde jetzt eine kurze Erklärung dazu abgeben und vielleicht werde ich das auch noch mal in einem Video machen, falls ihr das wirklich wollt. Das heißt, wenn ich ihn vermehren will, suche ich mir einfach irgendein Blatt aus. Das heißt, in diesem Fall wäre das dann vielleicht das hier. Würde es richtig unten abschneiden, komplett unten einfach fast an, also erdnah abschneiden. Und dann so fünf bis zehn Zentimeter lange Stücke mir da rausschneiden. Das heißt, wenn ich unten abschneide, kann ich hier vielleicht zwei oder drei Einzelstücke noch mal draus machen. Die ganzen Stücke würde ich dann für einen Tag trocknen. Das heißt, einfach irgendwo hinlegen. Also nicht weiter in die Hand nehmen oder sonst irgendwas, sondern einfach irgendwo hinnehmen, sodass halt quasi die Schnittstellen austrocknen. So, dann hole ich mir halt ganz normale Pflanzenerde. Und stecke diese Stecklinge. Und jetzt ist wichtig, das ist der wichtigste Punkt eigentlich an allem, mit der unteren Seite. Das heißt, wenn ich hier noch mal Teilstücke schneide, dann muss von dem Teilstück das untere Stück, was quasi Richtung Boden gezeigt hat, auch in den Boden eingepflanzt werden. Das ist ganz wichtig. Also das ist wirklich der entscheidende Punkt. Das heißt, wenn ich das nicht mache, funktioniert es auch nicht. Wenn ich das mache, dann stecke ich einfach diese drei Dinger dann in einen Topf. Also jetzt von dem hier würde ich drei Dinger machen, würde die in den Topf stecken. Und dann, ja, ein bisschen feucht halten, aber nicht so feucht, dass es schimmeln kann. Also das ist so, ja, so ein ganz schmaler Grat zwischen aufpassen, dass nicht zu wenig ist und aufpassen, dass nicht zu viel ist. Also nicht so, dass es schimmeln kann. Es soll gefühlt innerhalb von, ja, ein paar Stunden, beziehungsweise eines Tages, soll der Boden auch wieder trocken sein. Also so in dem Maße muss ich die Pflanze dann gießen. Dann warte ich so bis zu drei Monate und dann wird das Ganze halt Wurzeln schlagen aus diesem Ding raus. Und dann, daraus würde es dann wachsen und dann natürlich neue Blätter aus dem Boden sprießen. Das Ganze macht unglaublich viel Spaß. Also falls ihr darauf Bock habt, probiert es wirklich aus. Es macht so viel Spaß, wenn man dann irgendwann, also keine Ahnung, was Eigenes erzeugt hat. Das ist eigentlich das coolste Gefühl, was man irgendwie noch haben kann, ist, wenn man so eine Pflanze vermehrt hat. Ja, vielleicht noch insgesamt zum Bogen haben wir es noch zu sagen. Es gibt nochmal unterschiedliche Arten. Das heißt, nicht alle sehen so aus wie der hier. Das ist ja von einer Form. Ich glaube, es gibt insgesamt nochmal vier andere Arten. Das heißt, Blätter, die vielleicht nur grün sind oder Blätter, die sich nicht schlängeln, habe ich noch so in Erinnerung, die quasi grün sind. Aber eher wie so ein Stachel komplett nach oben gehen, ohne dass sie nochmal so gebogen sind. Ich glaube, das hier ist so die gängigste Form, auch die billigste Form. Da gibt es noch ein paar andere. Ist aber in der Wirkung und in der Abhandlung einfach gleich zu behandeln, wie das, was ich euch jetzt hier erzählt habe. Vielleicht noch etwas zum Bogenhampf an sich. Der Bogenhampf und seine Herkunft. Der Bodenhampf kommt nämlich aus Äthiopien. Deswegen halt aus Wüstengegenden. Deswegen kann er halt natürlich auch so lange trocken bleiben und hat natürlich Wasserspeicher. Sprich, deswegen sind diese Blätter hier auch so hart und nicht so leicht biegsam, weil er dort natürlich das Wasser speichert. So, vielleicht noch ganz wichtig nochmal am Rande. Der Standort für den Bogenhampf. Der Standort sollte natürlich hell sein. Je heller, desto besser. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe diesen großen hier, nämlich zum Beispiel, wenn wir hier im Halbschatten stehen. Und das tut dem auch nichts. Allgemein habe ich mal so gelesen, als Richtwert 4 Meter vom Fenster entfernt. Das wäre so ein Richtwert. Über 4 Meter muss man langsam drüber nachdenken. Ich muss aber auch dazu sagen, den hier habe ich mehr als 4 Meter von meinem Fenster entfernt. Und das hat auch hervorragend funktioniert. Also die Pflanze ist einfach super dankbar und kaum kaputt zu kriegen. Ich hoffe, die Infos über den Bogenhampf. Wenn ja, dann schaltet auch beim nächsten Mal ein. Gebt dem Video einen positiven Kommentar und einen Daumen nach oben. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.